So, jetzt noch ein bisschen einrichten und dann kann es wieder losgehen. Ja, worüber soll es gehen? Ich verfolge so ein bisschen die ganzen YouTube-Kanäle über Ahsoka, über Star Wars im Allgemeinen. Und ja, es kristallisiert sich so heraus, dass die Fans wiederum gespalten sind über das, was Disney uns hier bietet. Die einen sind komplett begeistert, worauf, ja, worauf, ich frage mich, wie kann das gehen? Wie kann man komplett begeistert sein, wenn es ganz offensichtlich Disney keine Mühe mehr bereitet, irgendwas rauszuhauen und sie sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob das wirklich gut ist und ja, die Fans werden es schon nehmen. Und ich verstehe es halt nicht, wenn jemand komplett jubelt, bei jeder Szene ausflippt, weil irgendein Charakter, der mir nichts sagt, der vielen anderen nichts sagt oder irgendein Schiff, das vorkommt, das ich nicht kenne, ja, das wird dann erwähnt oder gezeigt und dann flippen die aus. Ich meine, wenn jetzt eine Serie ein Wörterbuch braucht oder ein Lexikon braucht, um verständlich zu sein für einen normalen Zuseher, dann ist das eine Katastrophe. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendein Neueinsteiger, der sich auf Star Wars einlassen möchte, ständig von den Fans erklärt bekommen will, wer das jetzt ist und warum das jetzt so bedeutsam ist. Und das ist immer der Punkt, es wird immer so eine Bedeutsamkeit herausgeholt, die eigentlich den Otto-Normal-Streamer und den Otto-Normal-Zuseher eigentlich überhaupt nicht interessiert. Da wird dann irgendwas gesagt von irgendwelchen Lichtschwerten. Das geht sogar bis ins kleinste Detail, so von, ist das jetzt Anakins Lichtschwert oder ist das das Lichtschwert, das er zuvor hatte, das dann irgendwie zerstört wurde, ist die Schraube richtig, dann wird analysiert, dann wird da ran gesoomt und dann wird diskutiert, ob das jetzt das Lichtschwert ist aus einer Folge. Keine Ahnung, schlag mich tot. Und dann wird das zu einem Hype gemacht, warum der jetzt hier dieses Lichtschwert hat. Oder wie gesagt, auch ein Raumschiff kommt vor und dann wird darüber geredet, warum dieses Raumschiff in Clone Wars Episode 3, Staffel 1, Episode 3 irgendwo vorkam. Und jetzt ist es wieder da. Mich hat das schon so aufgeregt bei dem letzten Rise of Skywalker, ein unsäglicher Film, also wirklich schlecht. Die Sequels sind ohnehin vergessbar. Da ging es dann auch darum, da ist die Ghost, die kommt da vor, also in diesem Wust von Schiffen, der dann plötzlich ankommt, in einer völlig belanglosen Schlacht, die ohnehin wieder so nicht durch Schiffsmanöver und durch Kämpfe entschieden wurde, sondern durch irgendwelche Machtblitze und das Übliche halt, das war wirklich schlecht. Und da frage ich mich dann halt wirklich, ist das jetzt das, was Leute sehen wollen? Wollen Leute wirklich erklärt bekommen müssen von Fans, was sie da jetzt gerade sehen und warum sie es toll finden müssen? Also ich gehöre da nicht dazu. Also ich habe Ahsoka nur kennengelernt, weil ich einmal einen Kinofilm gesehen habe, der mich eigentlich nur leidlich interessiert hat. Das war Clone Wars. Das war ein, ja, ich finde es nicht mal gut animiert. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, The Clone Wars war eine perfekt animierte Show. Sorry, aber mit dem Stil von Filoni kann weder ich noch etwas anfangen, noch viele andere. Nur der Hardcore-Kern von Star-Wars-Fans. Also ich rede jetzt hier einfach mal in diesem Livestream so mit dem Frust von der Seele. Da geht es jetzt auch nicht direkt um ein Thema. Ich habe auch kein Manuskript. Ich rede jetzt einfach mal so drauf los, weil mir das ganze Genre schon, oder das ganze Franchise schon irgendwie was bedeutet hat und noch immer bedeutet, ich bin damit aufgewachsen. Und es tut mir jetzt einfach weh zu beobachten, wie Mittelmäßigkeit immer mehr Raum greift dabei. Und es scheint so zu sein, dass einige Fans das toll finden. Und das Schlimme ist, ich habe das auch in einem YouTube-Stream gesehen, man ist ja schon fast dazu verdammt, es gut zu finden und die Einschaltquoten hoch zu jagen, weil sonst kriegt man noch schlechteres Zeug. Also Disney kommt mir langsam vor wie so ein Drogendealer, der die Leute abhängig gemacht hat von Star Wars und jetzt aber schlechtere Qualität abliefert. Und der Junkie hofft halt, dass wenn er den Dealer sein Zeug abkauft, dass er irgendwann mal doch mal bessere Qualität liefern wird. Aber ich glaube, die Rechnung geht nicht auf, denn wenn die sehen, es geht und die Leute bleiben dabei, egal was man ihnen liefert, dann werden sie nicht größere Qualität abliefern. Also sie werden so weitermachen oder sie werden die falschen Schlüsse ziehen und werden sich denken, vielleicht müssen wir mit Ahsoka noch schlechter werden. Weil die begreifen das ja irgendwie nicht. Das ging mir schon da so, man muss vielleicht mal ein bisschen in die Denkweise von den Produzenten da so einfinden, um zu merken, dass die auf dem völlig falschen Trichter sind, dass die auf dem völlig falschen Dampfer sind. Als J.J. Abrams in den Regiestuhl gehievt wurde, war ich eigentlich recht begeistert. Ich dachte, ja, der ist eigentlich ein solider Handwerker. Wenn man ihm ein gutes Drehbuch gibt, dann kommt da schon was dabei raus. Aber dann habe ich gehört, der schreibt auch mit am Drehbuch oder hat die Geschichte verfasst. Und dann wurde es mir dann schon ein bisschen anders, weil er hat ja auch Lost schon so vergeigt mit seinen ganzen Sachen, die dann nie aufgeklärt wurden. Da habe ich mir gedacht, ja, hoffentlich passiert das nicht. Das ist dann genau passiert. Dann habe ich seinen Super 8 gesehen oder irgendwie so, da ging es um ihn und seine Karriere oder wie er als Kind gearbeitet hat. Und dann hat er einen Zombie-Film gedreht und gesagt, okay, wir haben auch als Kind Super 8-Filme gemacht und Videos, aber wir haben keine Zombie-Filme gemacht, sondern wir haben Star Wars nachgedreht mit eigenen Geschichten. Da waren die Stormtrooper auch nicht die Deppen. Na gut, wir haben ein Stormtrooper-Kostüm aus Pappe gebaut. Ich möchte die Filme heute gar nicht mehr sehen. Aber, naja, wir haben da schon was reingesetzt in die Geschichten und wir haben nicht irgendwelche Zombie-Filme gemacht. Als ich das so gesehen habe, habe ich mir gedacht, ist JJ wirklich der richtige Mann für Star Wars? Nein, leider war es nicht. Aber er hat halt mit The Force Awakens einen Milliarden-Hit gelandet. Nicht, weil der Film so gut war, nicht, weil der Film so brillant war in der Machart oder von der Idee her, sondern die Leute hatten über 10 Jahre lang, wann ist 10 Jahre, kein Star Wars mehr gesehen. 2005 war die Rache der Sis, das war es dann. Und dann war eben bis 2015, ja, 10 Jahre, kein Star Wars mehr im Kino. Gab es nicht. Die Leute waren ausgehungert, die wollten das sehen und sind natürlich alle reingegangen und das hat nichts mit der Qualität dieses Films zu tun. Man hätte auch Han Solo's Jacket, hätte man den Film nennen können. Hanging over a chair. Also das wäre genauso gewesen, man hätte jetzt Han Solo's Jacke über einen Stuhl gehängt und zweieinhalb Stunden den Stuhl gefilmt mit Han Solo's Jacke. Die Leute wären reingegangen, die Hardcore-Fans sowieso. Der Film wäre, ich übertreibe jetzt natürlich, so ein Film hätte sich wahrscheinlich keiner angeschaut, aber die Leute hätten sich angeschaut, weil es eben Star Wars ist und es war seit Jahren nicht mehr im Kino und deswegen sind sie reingegangen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass The Force Awakens ein genialer Film war, sondern der war einfach, naja, es war Star Wars nach langer Abstinenz wieder im Kino. Alle, die den Film gesehen haben, ob nun Fans oder nicht, sind rausgegangen und haben sich gesagt, was für ein komischer, halbgarer Durchschnittskram war denn das jetzt unter dem Label Star Wars mit den ganzen wiederbelebten Zombies. Natürlich Luke muss dabei sein, Leia muss dabei sein, Han Solo und Chewbacca müssen dabei sein und der Falke muss dabei sein und natürlich auch ein Lichtschwert, das irgendwo, seien wir doch mal ehrlich, auf Bespin verloren ging. Das ist runtergefallen, ist dann da abgesaugt worden von diesen Müllsaugern, die verhindern sollen, dass der Schrott auf den Reaktor knallt und diese Müllsauger haben das Zeug einfach in die Atmosphäre geblasen und da ist auch das Lichtschwert gelandet, irgendwo in den Tiefen von Bespin verglüht. Nein, J.J. Abrams hat dieses Lichtschwert wieder hergeholt. Warum? Wegen diesen dummen Member Berries und das ist wirklich kein Kunstgriff, um einen Film toll zu machen. Und dann kam Rian Johnsons unsäglicher Last Jedi. Also ich fand den Film beim ersten Mal wahnsinnig schlecht. Ich habe gedacht, was habe ich da gesehen? Ich habe gedacht, das ist nicht mehr Star Wars. Was ist denn? Das fühlt sich ja total bescheuert an. Dann bin ich zum zweiten Mal reingegangen, dann hat er mir etwas besser gefallen. Er war wieder versöhnlicher. Und ja, jetzt mittlerweile sage ich, Rian Johnson wäre der bessere Regisseur gewesen. Er ist auf alle Fälle handwerklich geschickter als J.J. Abrams, um Längen besser als J.J. Abrams. Nur er hat halt keine Idee gehabt, was er mit Star Wars anfangen soll. Und das ist jetzt nicht unbedingt ihm zu verschulden. Er hat das verschuldet, sondern das ist einfach an der schlechten Einleitung. Diese schlechte Einleitung von J.J. Abrams war schuld daran, dass Rian Johnson auch nichts anfangen konnte mit dem Stoff. Vielleicht hat er ja versucht, mit all dem, was er da reingebracht hat, noch irgendwie etwas Interessantes reinzubringen, etwas Neues. Denn, sagen wir doch mal ehrlich, The Force Awakens war ein verdammtes Plagiat von Episode 4, also damals Teil 1 im 1978, als ich es gesehen habe, und dann auch von Teil 3 oder vielmehr Episode 6, Rückkehr der Jedi-Ritter. Also quasi ein Dreifach-Plagiat, ein Zweifach-Plagiat, weil das erste war das Original, dann Rückkehr der Jedi-Ritter war ja auch schon irgendwie ähnlich. und das zeigt mir einfach nur, auch das ist so ein Punkt, George Lucas ist jetzt nicht der absolute Mastermind hinter Star Wars. Das muss man sich auch mal ganz klar vor Augen führen. Die ersten Star Wars-Filme, 1 und 2 damals, 77 und, also 78 in Deutschland, 81, das Imperium schlägt zurück, also Teil 1, Teil 2, das Imperium schlägt, New Hope, das Imperium schlägt zurück, eben 70er und 80er Jahre. Das war, diese beiden Filme waren die Geburt mehrerer, oder vielmehr, da waren mehrere Väter dafür verantwortlich. Gary Kurtz war dafür verantwortlich, Alan Lett, das war der Chef von 20th Century Fox, der Junior-Chef. Dann die Frau von George Lucas Martial, Lucas, die den Schnitt gemacht hat. Lee Brackett, die sich das Skript mal angesehen hat, von dem, was George Lucas da so zusammengeschreibselt hat und wovon alle gesagt haben, das kann man unmöglich sprechen und das ist auch nicht besonders gut. Man muss sagen, Star Wars, A New Hope und The Empire Strikes Back waren das Produkt von mehreren Künstlern, nicht von George Lucas alleine. Als George Lucas immer mehr Kontrolle bekommen hat über Star Wars und er hat das dann mit Episode 3, also Episode 6, Rückkehr der Jedi-Ritter ja gemacht, indem er einen Regisseur angeheuert hat, der ihm, ja, sagen wir so, einfacher gehorcht hat. Da ging es ja schon los mit, das Skript war irgendwie schlecht, die Dialoge waren komisch zum Teil und Rückkehr der Jedi-Ritter ist halt einfach ein Film, der ist nicht mehr so perfekt wie die ersten beiden, das muss man ganz klar sagen. Bei den ersten beiden, da gibt es nichts zum Fremdschämen, wo man sagt, das höre ich jetzt mal weg und das ist jetzt unerträglich, aber bei Rückkehr der Jedi-Ritter, da geht es halt los mit den Ewoks, auch am Anfang, diese Jabba-Muppet-Show, die haben ja so, als wir das 1983 gesehen haben, das war wirklich schwer zu ertragen, was da alles aufgefahren wurde und das nur, weil George Lucas halt möglichst viele Merchandise-Sachen haben wollte und möglichst viele Special Effects mit eben diesen Practical Effects, aber das war ja nicht für die Story wichtig und es war auch irgendwie, es hat sich auch damals komisch angefühlt und jeder hat gesagt, der Fan der ersten Stunde war, hat gesagt, Rückkehr der Jedi-Ritter fühlt sich einfach komisch an und je mehr George Lucas die Kontrolle hatte über seine, über sein Baby umso schlimmer wurde es dann, die mit den Prequels, die sind auch nach wie vor schlecht, also da kann man auch nicht sagen, ich versuche da was Gutes zu finden, ich finde sie von der Story her super, die Prequels sind von der Story her wirklich gut, und das Gute dran ist, du hast halt auch irgendwo neue Helden, also Amidala ist zum Beispiel eine neue Heldin und, naja, und Mace Windu und die vielen vom Jedi-Rat und, ja, man konnte ihnen dann auch gut folgen, aber man hat gemerkt, George Lucas hat es einfach nicht, künstlerisch nicht drauf, das ist halt so, das habe ich mir schon als Jugendlicher gedacht, als ich THX 1138 gesehen habe, gesehen hatte, der hat zwar geniale Momente, der Film, er ist auch von der Thematik her interessant, aber er ist auch sehr langatmig und teilweise hätte man ihn kürzen können, er ist, ja, er ist ein Kultfilm, aber ich empfinde ihn jetzt nicht als ein Meisterwerk, das man jetzt ständig anschauen kann, weil es so gelungen ist, und auch American Graffiti hat es, hat an vielen Stellen zündet es nicht, es zündet vielleicht bei den Leuten, die diese Zeit erlebt haben, aber es ist halt so, man merkt halt, George Lucas ist nicht unbedingt der beste Regisseur. Und dann hat er die Prequels gemacht, Ron Howard hat sich angeboten, den wollte er haben, und der hat es dann abgelehnt, ich glaube, so war das, und dann hat halt George Lucas irgendwie mal gesagt, jetzt mache ich es dann alleine, und er hatte halt die volle Befehlsgewalt drüber, und so ist dann auch Episode 1 vergeigt worden. Und ich muss sagen, seit Rückkehr der Jedi-Ritter läuft das Ganze halt immer in diese Richtung, George Lucas macht irgendetwas, wovon er glaubt, das ist super genial, aber es ist nicht besonders gut. Dann kommt jetzt Dave Filoni dazu, der, ja, er möchte seine eigenen Sachen featuren, aber der für mich auch kein erzählerisches Großtalent ist. Er macht das recht einfach, und bitte nicht fragen, ob das logisch ist, oder ob das, er tritt da ein bisschen in George Lucas' Fußstapfen, in, in, to being awkward, in der Lächerlichkeit. Und das, was wir jetzt mit Ahsoka, ich will jetzt diesen Kreis schließen, was wir jetzt mit Ahsoka sehen, das ist einfach Durchschnittsware. Und ich war in den ersten beiden Folgen, da habe ich noch gesagt, ja, es gibt da tolle Momente, und vielleicht gibt man der Serie mal eine Chance, vielleicht wird die ja ein bisschen solider, ein bisschen erwachsener, und geerdeter, und vielleicht ist das Skript ja doch irgendwo durchdacht, und das wird dann alles erklärt, aber nein, jetzt geht es wieder los mit diesen Rückblenden, und mit Sachen, die zitiert werden, aus älteren, aus älteren Episoden und aus anderen Seitenarmen der Star-Wars-Geschichten, diese, wie gesagt, diese Animationsserie von Filoni, ich kann damit, ich finde den Animationsstil einfach schlecht, billig, es schaut auch billig aus, und wenn man mit Leuten spricht, die sagen sich, ja, wollten wir es mal anschauen, aber ich habe dann aufgehört, weil das schaut einfach nach nichts aus, und das ist es auch, und dann Rebels, der Stil ist auch nicht unbedingt besser, ich verstehe nicht, dass die Leute da nicht wirklich mal sagen, hey, liefert uns jetzt mal was Gescheites, und nicht sowas, das ist nicht so toll, ja, und da ging es halt jetzt dann los, da wurde jetzt ein Charakter geschaffen, Ahsoka, den man nicht verstehen kann, ohne nicht zuvor Clone Wars und Rebels gesehen zu haben, ja, Rebels, da kommt es nicht so oft vor anscheinend, ich habe es auch nicht, ich habe Rebels, ich glaube, da habe ich fünf Folgen gesehen, ich will es auch nicht, ich bin mit Filmen aufgewachsen, Zeichentrickfilme habe ich mir nebenbei mal angeschaut, und da bin ich auch nicht der Einzige, Zeichentrickfilme, sorry, wie gehen die starken Männer, Biene Maya oder Pinocchio, oder was es sonst noch alles gibt, oder an irgendwelchen Animes, das ist was anderes als Realverfilmungen, und wenn ich ein Realverfilmungsmensch bin, dann schaue ich mir halt mal Zeichentrickfilme an, weil sie, naja, vielleicht mal um mal Chips zu essen, wenn man es mal so ausdrücken will, ich will nicht immer vielleicht Spaghetti essen, oder Salate, dann esse ich halt mal Chips, dann schaue ich mir so einen Zeichentrickfilm an, aber da bevorzuge ich auch dann Pixar Toy Story, das sind Sachen, die sind kurz erzählt, die sind witzig, die haben auch ihre eigene Logik, aber dann ist halt auch mal Schluss, und da gibt es keine Endlos-Fortsetzungen, wie gesagt, Shrek, glaube ich, war da mal, war da noch vorbei, und dann mit der Katze, das kann man auch noch verstehen, aber die stehen halt so ein bisschen für sich alleine, und da verlangt man auch nicht, dass da irgendeine, irgendeine Lore bedient wird, und das ist halt bei Clone Wars passiert, man hat da etwas geschaffen, neben dem normalen Star Wars Universum, hat man da so eine Trickfilmwelt, will ich es jetzt mal sagen, geschaffen, und die ist für viele halt einfach uninteressant, auch für mich war es uninteressant, auch wenn da Anakin Skywalker, der zukünftige Darth Vader vorkommt, aber es war für mich nicht das, was ich mir unter Star Wars vorstelle, und auch viele haben gesagt, sie schauen sich das auch nicht an, egal wie oft, ob das jetzt der Anakin Skywalker ist, das ist einfach eine Trickfilmfigur, aber jetzt hat man den Fehler gemacht, und hat diese Ahsoka-Figur aus dem Clone Wars zur Hauptfigur gemacht, und die hat halt nun mal so diesen, ja, diesen Background, der sich vielen auch nicht erschließt, sorry, ich bin ein bisschen erkältet, noch immer, Sommergrippe hat mich ziemlich erwischt gehabt, und damit der Charakter irgendwie funktioniert, und auch sein Drumherum funktioniert, muss man jetzt eintauchen in Dinge, die einen nicht interessieren, und das ist das große Problem, ich meine, warum hat man nicht einfach gesagt, wir lassen Ahsoka sein, die hat ihre Rolle gehabt in Clone Wars und Rebels, machen wir einen neuen Charakter, einen neuen Charakter, der wird frisch aufgelegt, und der erlebt dann seine Abenteuer, und dann kann man dem Ganzen folgen, und das habe ich auch gehört, in einem YouTube-Stream, auf einem YouTube-Kanal, ich weiß jetzt nicht, wer es war, er hat gesagt, setzt doch einfach einen neuen Helden auf, dem man auf seiner Heldenreise folgen kann, und wo jeder, der da neu drauf einsteigt, dem über die nächsten Folgen, die nächsten Staffeln folgen kann, und wenn der Charakter dann ausgelutscht und ausgereizt ist, dann lässt man ihn sterben, oder er ist glücklich und hat sein Ziel erreicht, und die Serie ist vorbei. Ja, dieses Recht muss man doch auch mal haben, und dass man einem Charakter zubelegt, dass er dann weg ist, und das war es dann. Aber in der Zeit hat jeder, der sich auf die Serie einlässt, den Vorteil, ich brauche jetzt keine große Lore da im Hintergrund, und dass sich dann Leute aufregen, die sagen, oh, das geht ja gar nicht, dass er diese Pistole hat, weil die gab es noch nicht in Clone Wars, oder dieses Lichtschwert ist nicht richtig, weil die Schraube am falschen Ort hängt. Das ist das, was ich auch denke, dass Fans sehr viel kaputt machen mit ihrem Anspruch, der nicht gerechtfertigt ist. Das, was man sehen will, sind gute Filme. Man will gute, solide Filme sehen, die so gut gemacht sind, dass man über Logiklöcher, wenn sie nicht zu groß sind, hinwegsehen kann. Und über kleine Fehler in der Ausführung von, ja, was weiß ich, von, ja, Props zum Beispiel, dass man sagt, das Lichtschwert ist vielleicht nicht ganz richtig, aber da sieht man drüber weg, weil die Qualität zu hoch ist. Aber was habe ich von einem Film, der lieber mangelnde Qualität hat, damit er ein paar Fans befriedigt, die irgendwas sehen wollen, was ihnen bekannt vorkommt? Ich verstehe es nicht. Da wird da gejubelt, also ich war es, ich habe es so erlebt, ich habe es mit Freunden, habe ich mir Ahsoka angeschaut, wir waren am Anfang zu sippt, jetzt bei der fünften Folge waren wir nur noch zu dritt, weil die anderen haben auch, die dabei waren, die haben gesagt, also ihnen gibt es nichts, sie wissen jetzt auch nichts anzufangen mit den Charakteren und immer diese Erklärungsnot, die man dann hat oder man muss dann was erklären, wer ist denn die Grüne? Ja, das ist die, okay, die ist eine Generalin und die kennen sich schon. Und dann auch so eine Sache, wenn man dann versucht, einen Charakter interessant zu machen, der vielleicht jetzt gar nicht so interessant ist, zum Beispiel Sabine, denn in der ersten Folge war das so, wo sie dann mit dem Motorrad abhaut, da versucht man sie so zu diesem widerspenstigen Kind zu machen, diese widerspenstigen Göre, da ist so eine Rede, da ist dieser Stadt, dieser Bürgermeister hat so eine Rede vorbereitet und will halt Sabine auch dabei haben und den Leuten zeigen, schaut doch mal, das ist diese Rebellin und so und dann ist die nicht da und die ist weg. Ich meine, wenn so eine Rede vor der versammelten Stadt stattfindet, da gibt es doch ein Protokoll. Also das ist doch etwas, was jeder Mensch begreift oder jeder, der sich ein bisschen in der Realität auskennt. Wenn da so ein Bürgermeister eine Rede hält vor seinem Volk, dann macht er doch sicher, klar vorher, ich will diese Person da haben und interviewen, diese Person soll da sein und ich will mit dir sprechen und diese und diese und diese. Wo sind die denn? Macht es klar, dass die pünktlich hier sind. Und dann wird er schauen, dass die auch da sind und sagt, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Zuerst bist du dran, dann du, dann du, dann du und dann rocken wir die ganze Sache. Er dreht sich um und sagt, wo ist denn Sabine? Ja, zähfix nochmal. Guter Mann, hast du das nicht vorher überprüft, ob die da ist? Redest von ihr und dann ist die nicht da, ist nicht gekommen. Das ist doch total blöd. Das ist wie, wenn ich das Geburtstagskind einlade oder ich bin beim Geburtstag eingeladen und das Geburtstagskind hat was anderes vor, dann bin ich ja auch überrascht und denke mir, es ist so unlogisch. Also das ist auch vielen dann aufgefallen. Die haben gesagt, das Skript ist aber schlecht. Dann habe ich gesagt, ja, okay, das Skript ist schlecht. Stimmt. Und dann diese ewig langen Szenen, wo nichts passiert, wo sie reden, wie Demenzkranke. Also wenn sie dann immer dieses Arme verschränken und dann, ich meine, das sind so Sachen, da hast du innerhalb von von einer Stunde, hast du einen Leerraum von mindestens 30 Minuten, in denen quasi nichts passiert. Die Gespräche laufen immer etwa so ab. Hast du Sabine gesehen? Nein, ich habe Sabine nicht gesehen. Wo könnte sie denn sein? Ist sie vielleicht beim Schiff? Sie könnte beim Schiff sein, ja, da hast du recht. Vielleicht sollten wir den Druiden schicken. Und der Druide? Ich könnte euch dabei behilflich sein. Mach das so, Druide. Geh mal zum Schiff und schau, ob Sabine dort ist. Ich werde zum Schiff gehen und sehen, ob Sabine da ist. Und dann geht er los und man sieht zu, wie er weggeht. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so sind die Szenen tatsächlich. Er ist weg und dann unterhalten sich wieder die beiden. Das, was man in 20 Sekunden erzählen kann, wird auf zwei Minuten ausgedehnt. Und das ist keine Seltenheit bei dieser Serie. Es geht ständig so. Und dann, ich habe das schon mal erwähnt, war das jetzt in Episode 5? Ich glaube schon, ja. Das war in Episode 5? Ja, war in Episode 5. Da kommt dieses Syndulla an mit dem Raumschiff und steigt aus mit der Pistole und geht raus aus dem Schiff in diesen Steinkreis da, wie Stonehenge und schaut, ob da irgendwo ein Feind sich verbergen könnte. Schaut rum und es dauert auch ewig lang und dann ist alles sicher. Keiner da. Dann kommt der Junge raus mit dem Druiden und jetzt aufgemerkt, sie hat den Druiden nicht gesehen, der da hinter dem Stein saß. Was wäre das gewesen, wenn da ein Stormtrooper oder ein Ex-Imperialer gewesen wäre oder einer von diesen Typen von Baelin Skoll nur darauf gewartet hätte, dann wären sie alle tot. Er hätte erst mal diese Nuller abgeschossen, dann den Druiden und dann den Jungen pengen. Weil irgendwie hat die das irgendwie nicht begriffen, dass sie da rausgeht oder sie ist so unprofessionell und hat den Druiden nicht hinter dem Stein gesehen. Also, wenn ich was schreibe, ich bin ja Schriftsteller, ich bin Autor, ich mache Science Fiction und Space Opera. Wenn ich etwas schreibe, dann stelle ich mir vor, wie ist die Szene zeitlich aufgebaut, wer ist wo, wie sind die örtlichen Gegebenheiten, da ist ein Schiff, da sind Feinde und da sind noch ein paar Helden versprengte Helden und dann lasse ich meine Helden so agieren, dass es logisch ist. Sie bleiben welche beim Schiff, andere müssen die Gegend erkunden und das macht offensichtlich der Drehbuchautor nicht. Der lässt da Dinge passieren, weil er sich das irgendwie eingebildet hat im Kopf, so, diese Szene möchte ich haben, ist zwar völlig unlogisch, aber ich will diese Szene haben und ich werde die Geschichte so spinnen, dass ich diese Szene habe, dass ich das bekomme. und auf dem Weg dorthin passieren eben total viele unlogische Dinge, weil sich diese Szene quasi nie ergeben würde, wenn sich die Menschen logisch verhalten würden, aber nein, dann kommt eben das Argument jetzt aber Science Fiction, ja, nein, das heißt jetzt nicht, dass es Dumm-Fiction ist, sondern Science Fiction, das bezieht sich aber mehr auf die technischen Aspekte, aber die Menschen und die Personen da drin müssen sich doch nach der Logik bewegen. ja, das lässt mich halt schier verzweifeln, ich habe das, ich sage es wieder, bei Endor war ich so begeistert davon, dass da so viel Kraft drin steckt, gut, das ist auch stellenweise sehr langsam erzielt und ich denke auch, dass sie bei Endor versucht haben, ein bisschen Zeit rauszuschinden, weil sie zwölf Episoden haben wollten und dann eine gewisse Zeit haben wollten, Runtime, und haben ein bisschen viel rausgezögert, man hätte einige Schnitte etwas besser setzen können, aber ein Beispiel, sorry, irgendwie hängt das da drin, ein Beispiel, schaut euch, die Episode 7, glaube ich, ist das, nach China 5, ist das, 3, 4, 5, 6, oder das ist die Episode 6, da wo sie, Spoiler, also Spoiler, okay, dürft ihr schon mitbekommen, dass ich hier spoilere, Episode 6 ist es, glaube ich, wo sie von nach China 5 fliehen, also die müssen da ausbrechen aus diesem, aus diesem Gefängnis und diese Episode ist dermaßen dynamisch gemacht, ihr liegt, wie man das auch merkt, ein sehr durchdachtes Script vor und die Leute, die diese Episode geschrieben haben, sind Könner ihres Fachs, ich kann es nur so sagen, denn ich habe mir diese Episode jetzt schon mehrfach angeschaut und ich bin immer noch begeistert, da sind so viele Elemente drin, die einfach in Star Wars hineingehören, um die ganze, um das ganze Franchise über diesen dummen Ahsoka-Level hinauszuheben, bitte, Disney macht das, denn es ist, es ist nicht mehr, die Qualität ist es nicht mehr zu unterbieten. Ich sage es, ich erkläre es nur, was da so genial ist, man hat einen super Ausbruch, der ist mit der Musik gut untermalt, der ist schnitttechnisch gut untermalt, kameratechnisch ist er gut, in diesem ganzen Ausbruch gibt es dann dramaturgisch viele kleine Kniffe, die einfach jemanden emotional mitnehmen, denn man hat eine Rede von Andy Serkis, Kino Loy heißt er, in dem er die Gefangenen auffordert, jetzt hier quasi das Heft in die Hand zu nehmen, sie sind jetzt Herr über das Gefängnis, holt euch die Waffen und brecht aus und sie können uns nicht besiegen, sie sind zu wenige und so weiter. Und dieser Monolog ist so genial und das ist nicht der einzige in dieser Folge, zwei, also seine und dann noch später von Stanin Starrsgard, Skarsgard, Star Wars, und die ganze Szene, wo die dann ausbrechen, das ist vom Feinsten, auch mit der Musik, ich schaue es mir immer wieder an, weil ich mir sage, warum hat Disney uns das nicht vorher, warum haben die nicht Leute eingesetzt für den Mandalorian, die das können, die noch Filme erzählen können, das müssen nicht Star Wars Fans sein, das ist auch so ein Irrtum, es müssen immer Star Wars Fans sein, die sich mit Star Wars auskennen, nein, die besten Star Wars Filme wurden von Leuten gemacht, da war Star Wars noch gar nichts und die kannten auch Star Wars nicht, Irving Cashner hat auch gar nichts gewusst über Wookies und so, der hat halt gesagt, das ist ein Affe und dann hat er den halt trotzdem mit Respekt behandelt und hat Chewbacca gut geformt, ich fand den, das Imperium steht zurück, fand ich Chewbacca super, der war einfach genial und auch alle anderen Sachen und Darth Vader war auch perfekt, nein, Irving Cashner war kein Star Wars Fan und er hat den besten Star Wars Film, wir machen dieses blöde, ja, es muss ein Fan sein, nein, Fans wollen nur ihre Figuren sehen in ihren Regalen und wollen die abfilmen und hoffen, dass dann andere, die damit nichts anfangen können, das auch toll finden und deswegen ist das mit den Fans stimmt nicht, es muss kein Fan sein. Tony Gilroy ist auch einer, der ist kein Star Wars Fan, aber er hat eine verdammt gute Show abgeliefert und hätte man für ihn vielleicht noch ein bisschen mehr Budget gegeben und ein bisschen mehr Zeit, dann hätte er vielleicht noch eine gescheite Weltraumschlacht reingebracht mit diesem Anto Krieger, den hätte ich gerne gesehen, aber wahrscheinlich gab es da das Budget nicht dafür, aber es gab trotzdem eine der besten Weltraumszenen mit Stellan Skarsgård, wie er diesen Kreuzer da fertig macht, mit unter Zuhilfenahme des Traktorstrahls schaltet er einen Kreuzer aus und das war super, fand ich toll und auch TIE Fighter hat er fertig gemacht. Also man braucht keine Fans, um ein gutes Star Wars zu machen und in dieser Folge Episode 6 ist es, ich denke es ist Episode 6, kommt es dann auch noch zu einem Monolog von Stellan Skarsgård, der ist auch, da gibt es Gänsehaut, die ganze Szene ist so, er muss einen imperialen Spion, der auf seiner Seite steht, überreden, weiterhin seinen Job zu machen. Dem jungen Mann wird es ein bisschen zu viel, er hat eine Tochter bekommen und er merkt auch, so ist die Konstellation, er merkt auch, dass da diese Daedra, diese imperiale Offizierin, diese skrupellose Offizierin, dass die immer mehr an Macht bekommt innerhalb dieses imperialen Geheimdienstes und der junge Mann merkt, okay, ich habe jetzt eine Tochter und das wird alles ein bisschen zu gefährlich für mich, ich möchte aussteigen und will halt Lucen, Lucen, das ist der Charakter von Stanis Garsgaard, kontaktieren und ihm klar machen, ich muss raus, weil mir wird das zu brenzlig, alles verständlich, das ist ja auch so toll, das ist ein Charakter, der macht eine Bewegung in die Richtung, die nachvollziehbar ist, der sieht das Ganze und sagt, oh Mann, die Frau ist gefährlich und sie gewinnt immer mehr an Macht und auch der Chef des imperialen Geheimdienstes steht auf ihrer Seite, das kriegt er auch mit, dass der die fördert, der will, dass die Frau mehr Macht bekommt, also entschließt er sich, ich muss raus da, bevor die Mausefalle zuschnappt und redet mit Lucen in einem der untersten Geschosse von Coruscant, eine super Szene, er fährt da ewig weit runter, dann steht ihm da Lucen gegenüber und will ihn überreden oder überredet ihn, hey, du musst weitermachen für uns, ich kann auf niemanden verzichten und dann fragt ihn der Herr, auf was verzichtest du? als er stellt Lucen die Frage, ich muss alles verzichten und du lebst wahrscheinlich wie die Marde im Speck und dann hält Stellan Skarsgård einen wahnsinnig guten Shakespeare-Dialog, sozusagen eine Schicksalsrede und als er fertig ist, sagt er ihm, du bleibst, drückt auf den Knopf, dann geht die Tür zu und dann muss der Donnie, glaube ich heißt er, oder Lonnie, muss dann weitermachen, er muss weiter für ihn spionieren und das sind diese Momente, die auch in ihrer Tragweite so genial sind und so tief, dass ich mir sage, hey Leute, lasst doch nicht immer irgendwelche minderbemittelten Fans Star Wars machen, ich muss jetzt auch sagen, Filoni, der freut sich, wenn er seine Spielzeuge, seine Star Wars Spielzeuge im Schrank hat und dann filmt er die ab und genauso statisch wirkt seine Dramaturgie. Der stellt die Leute einfach rein, zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, auf so einer Kreuzerbrücke, da gibt es immer irgendwas zu tun. Ich war mal auf einem militärischen Schiff, dann ging es nicht ins Manöver, sondern die waren halt einfach auf Patrouille und da durfte ich mit auf die Brücke, das ist normalerweise verboten, aber man hat gesagt, ich soll mir mal anschauen, weil ich wollte da was schreiben dafür und dann bin ich da auf der Brücke gewesen und das war jetzt keine kleine Brücke, sondern war wie so ein Wohnzimmer und da war immer was los. Da kam einer rein, der hat was abgeliefert, da auf der anderen Seite einer raus und dann war einer gesessen an irgendwelchen Armaturen, der hat dann auch was rumgeschaltet und hat dann was rumgeklickt, dann kam eine Nachricht rein, dann hat sich der Käpt'n mal umgedreht zu jemandem und dann kam jemand und hat einen Kaffee gebracht. Es muss jetzt nicht unbedingt was strategisch Wichtiges gewesen sein, aber ich hatte das Gefühl, die hatten alle was zu tun. Da war immer irgendwie was in Bewegung und die mussten auch die Konsolen anschauen, was ist im Maschinenraum, wie schaut es mit dem Wasser aus, wie ist das Wetter, also es war immer irgendwas zu tun und bei diesen Sachen, da sitzt einer auf dem Stuhl und eine Kamera da vorne und im Hintergrund stehen zwei vor irgendwelchen Monitoren und die bewegen sich nicht und das ist alles so dröge in Szene gesetzt, dass ich mich frage, hey, sind die frisch von der Filmschule oder waren die jemals auf einer Filmschule? Also ich wollte mal, da war ich 14, 15 und habe mich für Film interessiert und ich brauchte allerdings mittlere Reife, um Regisseur zu werden. Da hat man mir angeboten, ich sollte Kameramann werden und dann über die, weil das ging ja auch so, und über das Berufsbild vom Kameramann, wenn ich da erfolgreich war oder die Lehre abgeschlossen habe, die Ausbildung abgeschlossen habe, könnte ich auf Regisseur wechseln, das wäre dann einfacher und dann hätte ich auch die visuelle Seite auch kennengelernt und wüsste auch, wie man mit Kameras umgeht und mit verschiedenen Optiken und Beleuchtung und pipapo. Habe ich nicht gemacht aus privaten Gründen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber mit dem, mit dem ich damals gesprochen hatte, wir hatten ja auch schon ein Filmchen gedreht, also diese Super-8-Filme, der meinte, ich hätte es für einen 13-Jährigen ganz gut drauf, Storys zu kreieren, auch mit der Kamera oder, gut, geschrieben habe ich noch nicht, ich bin jetzt bei der Schreiberei hängen geblieben, aber damals hätte ich das durchaus, hätte mich interessiert. Ich finde es halt unglaublich, wenn ich jemanden sehe, der das Glück hat, für Lucasfilm und Disney zu arbeiten, dann nichts weiter abliefern kann als sowas, so ein Stand, Standbild und dann immer mit diesem Rückblenden, wenn einem nichts mehr einfällt, dann holt man irgend so einen Zombie aus der Mottenkiste. Ich sage es immer so, Anakin Skywalker ist in dem Fall, Anakin Skywalker ist in dem Fall ein Zombie. Man hat irgendwie nichts zu erzählen, dann bringen wir Anakin Skywalker, aber mit dem richtigen Lichtschwert, nicht mit dem, wo die Schraube da ist, wo sie nicht hingehört, weil sonst sagen die Fans wieder, es war auch nicht der Anakin, Anakin war zum Beispiel auch so, dass ein Kumpel gefragt hat, er hat doch ein blaues Lichtschwert gehabt, jetzt hat er ein rotes, wieso das? Ja, weil jetzt ist er Darth Vader. Achso, okay. Ah ja, okay, Darth Vader. Aber er hat die Robe noch an. Ja gut, Darth Vader wurde er auch in seiner Robe, er hat ja nicht dieses Outfit gehabt, das kann man später. Aber auch die Frage, da ist die Ahsoka plötzlich weg, fällt ins Wasser, da frage ich mich auch, da bin ich dann auch wieder so ein Lore-Fanatiker, da denke ich mir, wenn diese ganzen Fans immer mit dieser Lore kommen und so, oh, da müsste doch, das Lichtschwert hat die Schraube hier und das Raumschiff war rot angemalt, warum ist es jetzt so lila? Und die sich darüber aufregen, da muss ich auch fragen, also ich kenne ja nur die Filme, Anakin Skywalker ist doch aus diesem, in Episode 2 war das, Angriff der Klonkrieger, aus diesem Gleiter gesprungen und fiel dann hunderte Meter runter und ist dann da auf dem Gleiter gelandet, unverletzt, offensichtlich mit Hilfe der Macht. Wenn jetzt Ahsoka da von der Klippe fällt, hey, Leute, Anakin war doch auch nur noch kein Meister und Ahsoka auch nicht, da müsste sie doch mindestens diese Machtfähigkeit besitzen, sich abzubremsen im Fall und vor der Wasseroberfläche springt sie dann weg oder springt auf einen Felsen und ist in Sicherheit, stattdessen ist sie weg. Und dann haben mich meine Kumpels gefragt, was ist das jetzt, wo ist sie jetzt da? Dann habe ich gesagt, weil ich das wusste, das ist die Welt zwischen den Welten. Ich habe mir fast geschämt, als ich das gesagt habe. Dann haben sie gesagt, gibt es das jetzt in Star Wars auch? Ich habe gesagt, ja, wenn du Clone Wars kennst, oder Rebels war das, dann wirst du damit konfrontiert, dass das jetzt auch möglich ist, dass man da wie bei Zurück in die Zukunft die Timeline ändern kann. Und dann hat einer gemeint, so, dann bin ich raus, weil das ist für mich kein kontinuierliches Storytelling. Und da habe ich gesagt, ja, das ist ja auch die Diskussion unter den Fans gewesen, weil Ahsoka hat dann mit Darth Vader gekämpft. Eigentlich wäre das ja ihr Ende gewesen. Außer es hätte irgendwas passieren können, wie sie Darth Vader besiegt oder entkommt, aber da fehlt Dave Filoni dann auch wieder an Kreativität. Jedenfalls war dann diese Welt in den Welten geboren, wo Ezra Bridger, glaube ich war das, der geht dann da hin, und ich weiß nicht, an irgendeiner Folge, da sind dann so Hexen, und jedenfalls kommt er in diese Welt, in den Welten, zwischen den Welten, und dann sieht er da diesen Kampf zwischen Ahsoka und Darth Vader, und bevor sie getötet wird, holt er sie da raus, und dann verschwindet sie und ist da zwischen den Welten. Ja, jedenfalls waren dann die letzten Kumpel auch so weit, dass sie sagen, naja, muss jetzt nicht sein, das nächste Mal, wenn du Ahsoka anguckst, kommen wir nur, wenn du Pizza bestehst. Und ich kann es verstehen. Ich meine, ich mag die Folge, ich mag Ahsoka ja trotzdem irgendwo, was ich mir sage, ja, es ist Star Wars, und ich versuche das gut zu finden, es ist der verzweifelte Fan in mir, der versucht, das irgendwie gut zu finden, und irgendwie, ich will da dranbleiben, und das muss jetzt noch was kommen, das mich begeistert, und dann ist alles vergessen, aber man kann es nicht vergessen, weil es gibt doch zu viele dumme Situationen, die einfach bleiben. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann, und dass ich sage, ja, die ersten fünf Folgen, die kann man ansatzweise schlucken, kann man auch vieles vergessen, aber wenn es so bleibt, dann hake ich das irgendwann mal ab, und denke mir, ja, okay, dann muss Disney auch irgendwelche Konsequenzen ziehen, und wird noch schlechter wahrscheinlich, die werden dann, wird es dann noch schlechter, denke ich mal. Weil Andor hat das, oder Endor hat das falsche Signal gesendet, nicht weil es so schlecht war, sondern weil die Fans damit nichts anfangen konnten, also ich denke mal, die Hardcore-Fans, die gehofft haben, dass da irgendwie Darth Vader vorkommt. Obwohl, das hätte ich vielleicht ganz interessant gefunden, wenn Darth Vader vorgekommen wäre, er muss ja nicht dauernd vorkommen, aber Darth Vader hat ja offensichtlich in Episode 1, damals 1977, in Episode 4, war er ein finsterer Agent des Imperiums. im Grunde genommen war er irgendwo auch mit dabei, bei diesen ganzen Spionagesachen, also jetzt nicht direkt involviert, aber offensichtlich, es waren ja, die Spione haben ja dann da auf Scarif das alles herausgefunden, was da gelagert ist, und er war ja dann auch, ist er noch gekommen, und hat ja dann auch die, ja, hat halt die Rebellen dann verfolgt, und in gewisser Weise, denke ich mir, hätte man da auch Vader einbauen können, der sich einfach für die ganze Sache da interessiert, die dieser Lucen da aufzieht, die Rebellen im Hintergrund, was die da so spinnen. Er muss ja nicht eine große tragende Rolle spielen, aber er kann ja mal auftauchen, und bei diesem, als Hologramm kann da diesen imperialen Offizier, der das alles leitet, auch befragen, wie das, was da jetzt gerade abgeht, und auch die richtige, auf die richtige Spur weisen, und sagen, ja, ich habe das Gefühl, dass das Ihr Mann ist, und bleiben Sie da dran, und der ist gefährlich, und dass man merkt, aha, Vader kann sich aus ein paar Eckpunkten schon ein gesamtes Bild zusammenpuzzeln, und sagt dann, machen Sie in der Hinsicht weiter, und dann ist er auch schon wieder weg, aber man hätte ihn einbauen können, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, aber es muss auch nicht sein, weil ich denke halt auch, dieses ständige Zombies wiederbeleben, das ist so schädlich, was, ähm, auch, wo auch die Fans sich so toll, was sie toll, ich wusste es gar nicht, da gibt es in Episode 5 von Ahsoka jetzt irgendwie so eine Szene, da kommt ein Clone Trooper, und der macht, äh, 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 ja, weiter geht's, für mich war das nur ein Clone Trooper halt, der da rumläuft, und dann alle, ah, das war Rex, ist das jetzt wirklich so wichtig, dass man, hat man die ganze Szene vielleicht auch deswegen eingebaut, um Rex zu zeigen, äh, relativ, also, hat der eine große Bedeutung, also, vielleicht in Episode 3, war das der, der den Obi-Wan dann weggeballert hat, war das der, ich glaube, ja, das war der, aber ist das jetzt wirklich so, ist das jetzt so bewegend, dass man da extra dann so ein Timelap machen muss, und zurück in die Vergangenheit, und, anstatt dass man sagt, wir gehen vorwärts, und wir erzählen die Geschichte vielleicht mit Rückblenden, die gerechtfertigt sind, das gibt's ja auch, dass man mal eine Rückblende macht, und die dann auch so tituliert, und sagt, das ist jetzt eine Rückblende, oder deutlich macht, das ist eine Rückblende, aber dann dieses Übernatürliche, und dann sind die da plötzlich wieder irgendwo, obwohl ich jetzt nicht sagen muss, dass die Szene schlecht war, obwohl zum Teil auch wieder, weil dieses Lazarett war ja auch wieder Stand, Stand Fußball, aber man muss das doch gar nicht bringen, stattdessen, anstatt dieser Viertelstunde, Member Barrys Nostalgie, hätte man die Story vorantreiben können, die hätten dann schon in diese andere Galaxis fliegen können, eigentlich hätte man das jetzt schon bei der letzten Folge machen können, und dann hätten die dort Tron gefunden, also ich schätze jetzt mal, wir haben jetzt noch drei Folgen, oder acht Folgen sind es, noch drei Folgen, in denen Thrawn irgendwo auftauchen muss, ich denke mal, in der nächsten Folge wird er auch noch nicht auftauchen, vielleicht kommt er wirklich ganz zum Schluss, um irgendwie Season 2 zu spoilern, zu spoilern, also ich vermute das fast, dass Disney das so vorhat, dass die sagen, ja, Thrawn kommt ganz zum Schluss, wie Luke Skywalker in Episode 7, um alle auf Episode, auf die Staffel 2, auf Season 2 vorzubereiten, und ich denke mal, das wird so kommen, aber, es gibt so halt auch ein paar Sachen, die sind gut, wie zum Beispiel das mit den Imperialen, die überall beschäftigt sind, und da haben auch Fans gesagt, ach, das ist doch Blödsinn, plötzlich sind überall Imperiale, es geht doch gar nicht, ich sage, natürlich geht das, man muss sich vorstellen, das war eine ganze Galaxis, da waren die Imperialen, in der Verwaltung, in der Regierung, in der Industrie, und das ist etwa so, wie bei Nazi-Deutschland, nach 1945, da haben die Alliierten auch irgendwann mal gesagt, wenn wir alle Nazis raushauen, dann bricht das Land zusammen, denn die haben Schlüsselfunktionen, wir müssen die quasi dort lassen, beobachten, und müssen den Deutschen die Möglichkeit geben, selber Rache zu üben, was man auch gemacht hat, was allerdings zu spät passiert ist, meiner Meinung nach, das war erst in den 70er Jahren, hat man angefangen zu hinterfragen, Kurt Waldheim zum Beispiel in Österreich, hatte auch eine SS-Vergangenheit, oder eine Wehrmachts-Vergangenheit, egal, er hätte jedenfalls sagen können, Leute, ich kann nicht Bundespräsident werden, weil ich verschiedene Dinge gemacht habe, die nicht in Ordnung sind, oder was weiß ich, also das ist schon realistisch gewesen bei Ahsoka, dass man sagt, es sind Imperiale da, die können wir nicht alle entfernen, weil die haben Schlüsselfunktionen, und wenn wir die alle entfernen, bricht das Land zusammen, das hat man übrigens auch im Irak gemacht, George Bush, der damals diesen unsäglichen Krieg geführt hat, 2003 gegen den Irak, unter falschen Voraussetzungen, das war, also, ich bin ja, ich mag ja die Amerikaner, ich war ja lange Zeit in den USA, aber, dass er diesen Quatsch gemacht hat, hat auch gezeigt, das hat die Glaubwürdigkeit der USA total untergraben, und dann am Ende war es ja klar, es war nur eine Lüge, die wollten einfach den Saddam Hussein weg haben, die Baas-Partei, und das war dann, dann haben sie den Irak erobert gehabt, und dann haben sie den Fehler gemacht, den die Alliierten 45 in Deutschland nicht gemacht haben, George Bush hat in seinem Wahn alle Attentäter vom 11. September, die eigentlich nichts mit dem Irak zu tun hatten, sondern eher mit Saudi-Arabien, die ja mit den USA doch eher verbandelt sind als der Irak, seltsamerweise, da hätte er dort aufräumen müssen, er hat in Irak alle Mitglieder der Baas-Partei, also die Partei des Saddam Hussein, alle Mitglieder, die dort waren, von ihren Ämtern enthoben, das waren unter anderem Militär, Geheimdienst, Polizei, Grenzdienst, alle diese Sachen, mit einem Mal waren die alle arbeitslos, und sind natürlich dann nach Hause gegangen, und dieses Vakuum wurde dann gefüllt von Al-Qaida und von allen anderen terroristischen Gruppen, die den Irak dann destabilisiert haben, und insofern finde ich das bei Ahsoka schon realpolitisch, wenn man sagt, okay, das wurde von Fans moniert, da frage ich mich, hey Leute, macht es euch mal geschichtlich schlau, George Lucas hat das immer mit Nazi-Deutschland in Verbindung gebracht, das Imperium, und geschichtlich schlau ist es, wenn man sich bildet und weiß, okay, nach 1945 haben die Amerikaner die Entnazifizierung zwar durch die Nürnberger Prozesse erstmal angetrieben, aber sie haben das dann nicht weitergemacht, und weil sie gesagt haben, wenn wir die Nazis alle raushauen, ich wiederhole mich, bricht das Land zusammen, und das ist in Ahsoka auch so, ist ja klar, du hast diese Schiffswerften, willst du alle Mechaniker raushauen, die leitende Positionen hatten, geht nicht, dann bricht das zusammen, wem willst du die raushauen, die irgendwelche Verbindungen zu Händlern haben, geht nicht, weil dann musst du fragen, wie schaut die Verbindung aus, auf welchen Grundlagen, gesetzlichen Grundlagen, gut das Ganze, wie schauen die Verträge aus, also du brauchst diese imperialen Leute, und das fand ich schon gut, daraus kann man ja auch ein Konfliktpotenzial zimmern, das ist schon durchaus gerechtfertigt, und das fand ich toll, also ich will ja in dieser Serie irgendwo auch die Stange halten, und ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, aber wenn die Qualität weiterhin so mies ist, sehe ich da keine Chance, dass da neue hinzukommen, denn das, was ja Disney, und jetzt komme ich vielleicht zum Hauptpunkt nach fast 50 Minuten Rant-Laberei, der Hauptpunkt ist doch das, Disney will neue Leute gewinnen, neue Leute, also das heißt, Menschen, die mit Star Wars vielleicht nichts zu tun hatten, und damit auch nichts anfangen konnten, aber das kann man doch nur dadurch, indem man diesen Nerd-Stuff mit dem Lexikon, und das man bei sich haben muss, verlässt und sagt, wir machen hier eine neue Geschichte, neue Helden, die in diesem Universum zwar sich bewegen und eine Handlung, die darin spielt, aber wir fangen mit der Heldenreise ganz neu an, und Season 1, Episode 1, stellt neue Charaktere vor, dann kommen vielleicht über den Lauf der Season noch andere Charaktere hinzu, aber wenn es gut erzählt ist, anspruchsvoll erzählt ist, dramaturgisch wertvoll ist, durchdacht ist, dann hat man, weil das erfolgreich ist, dann bestimmt eine Season 2, eine Season 3 und 4, und irgendwann mal sagt man sich, wie bei Breaking Bad, das ist meiner Meinung nach eine Referenz-Serie, sagt man sich, jetzt lassen wir unseren Helden sterben, also unseren Helden, in dem Fall ist es ja ein Antagonist, aber wir machen jetzt Schluss, weil die Story es erzählt, seine Geschichte muss zu einem Ende kommen, und dann hat man nach einigen Staffeln die Geschichte auserzählt, und warum macht man das nicht, ich auch, man liefert Qualität ab, ohne diese ständige Member Berries, und ich erzähle euch nochmal, was davor war, und ihr könnt sehen, was da alles so, schaut, Lichtschwert mit der Schraube, richtige Lichtschwert, und das lila, eine Raumschrift, das jetzt nicht mehr ganz lila ist, super, ich habe es gesehen, und Chopper, super Chopper ist jetzt endlich da, lasst das doch endlich mal hinter euch, und liefert Qualität ab, dann habt ihr Qualität über mehrere Seasons, und am Ende habt ihr eine tolle Geschichte erzählt, mit neuen Helden, habt neues Publikum gewonnen, die da aufsteigen konnten, weil nicht viel Vorwissen gefragt war, und dann wendet euch danach wieder neuen Personen zu, diese Galaxis ist groß, das ist auch so etwas, es braucht keine neue Galaxis, wo die jetzt hinfliegen, die Galaxis von Star Wars ist so groß, es gibt Millionen Sternensysteme, du kannst tausende Milliarden von Geschichten erzählen, wir mussten nicht in eine neue Galaxis fliegen, das zeigt nur, wie verzweifelt man ist, auf der Suche nach dem richtigen Stoff, okay, also, vielleicht hat es ja jemand gehört, der bei Disney was zu sagen hat, und sagt, ja, der Typ, der hat zwar einen kleinen Kanal, nicht viele Follower, aber der hat recht, wir müssen Qualität abliefern, wir müssen neue Helden schaffen, mit einem Team, von Kreativen, die nicht unbedingt Star Wars Fans sind, aber ihr Handwerk verstehen, und am Ende etwas abliefern, das für alle toll ist, die Star Wars Fans fressen ja sowieso alles, die können jeden Mist fressen, sage ich mal so, die jeden Schmarrn fressen, die werden das auch mögen, aber wir gewinnen dann auch neue Fans, die mit etwas mehr Qualität, ja dann mit mehr Qualität, nicht abgespeist werden, das ist ein schlechtes Wort, aber die mehr Qualität präsentiert bekommen, und dann auch das Publikum erweitern. Soll es gewesen sein, jetzt habe ich fast eine Stunde, mir quasi, mein Fantum aus dem Leib geredet, weil ich fassungslos vor dem Ganzen stehe, weil ich es nicht fassen kann, dass man etwas so dermaßen gegen die Wand fahren kann, und dass dann noch diese ganzen Jubelperser da sind, die nicht begreifen, dass sie sich in den Abgrund jubeln, mit ihrem Franchise, weil sie vielleicht alles toll finden wollen, egal, ich will es jetzt toll finden, das ist zwar Bullshit, aber ich will es jetzt toll finden, und ich finde es jetzt, ah, schau mal, schau, da ist der Typ mit dem schwarzen Helm, oder da ist der Stormtrooper, den kein Mensch interessiert, aber der war in Episode Ding von Clone Wars, und jetzt ist er da, und ich bin glücklich, weil ich den sehe. Nein, das nicht, bitte, macht neue Geschichten, und vergesst die ganzen alten Sachen, die irgendwo in irgendwelchen Episoden vorkommen, interessiert kein Schwein, neues Publikum, neue Crew, neue Geschichten, mehr Qualität. Ja, das ist es jetzt. Okay, ja, dann stelle ich das Ganze, ja, auf meinen Kanal, und, ja, ich würde mich auf Kommentare freuen. Ihr könnt auch durchaus Kommentare schreiben, wo ihr mich saublöd findet, ich möchte es einfach wissen. Das ist halt meine Meinung. Okay, das wäre es. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, bis zum nächsten Mal.